Was geht ab boys and girls? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Warzone Deutschland. Mein Name ist Chris Diavolo und ich zeige euch die teuflischsten Clips der vergangenen Tage. Schneid euch an! Was ist schon passiert? Oh, den catchen wir, passt auf. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, den nehmen wir alle mit, Schatz. Den klippen wir. Hat nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Wollen wir darüber reden, was ich gerade mit denen angestellt habe? Bro, Base-One-Shot auf jeden Fall. Oh, Chat, könnt ihr das mal ganz kurz klippen? Oh, da kommen welche aus der Zone raus. Oh, der ist geflogen. Oh, der ist geflogen. Wir können nur eine UAV holen. Ja. Hier. Oh mein Gott. Clip das. Clip das, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da wer hat ein Auto. Voll besetzt. Mit drei... Mit... Zwei Leuten. Ja! Ha... 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 Oh nein! Bro, I made the best move ever! What the fuck! Ja, Soda! Der ist draußen! Shit, Bro! Äh, hab ich nicht gemacht! Der läuft dann! Den Job! Oh, Alter! Schau, wo der flirgt! Der, Alter! Er hat einen getroffen! Hast du das gesehen? Der war oben! Der ist runtergesprungen! Warte, Mace, wo liegt denn dein Hack? Ich schau, dass ich dich hol! Auf diesem Hügel da oben! Hab ihn schon! Schau, dass ich dich hol! Kann ich nicht! Hahahaha! Ahahaha! Ahahahahaha! 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 Ahahahahahahaha! Ahahahahaha! Er hat gecampt in der Bude und er hat mich gesagt! Ah, Dinger! Einfach tot! Hallo, ja, sind wir. Äh, ja, 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 ja... Ich bin echt, ja, 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 ja... Und wieder, halt mich halt. Sorry Lottie, sorry. Zum Brutal schwierig, an sich zu konzentrieren. Lol, 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 was war das? Ausrad, so richtig fest noch, Digga. Meine war schon richtig ausgeleiert, ey. Achtung, Drohngreifstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ich dachte, das ist tot, Digga. Ich dachte, das ist so leicht gewesen. Nein. Wenn auch du so nice Clips hast, wie in diesem Video, schick sie uns doch einfach zu. Und noch was, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte den Kanal, lasst ein Gefällt mir da und kommentiert, welcher Clip euch am geilsten gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und lasst euch nicht abstechen. ein gekabt. Bis zum nächsten Mal. Brorit kommen Realmillionern Wie in der Geschichte Flirtaing Keys Kritik, Vielen Dank.